Jo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Es handelt sich um Alan Wake Teil 2. So, wir quatschen nicht viel rum, wir legen gleich mal los. Schwierigkeiten normal. Und los geht die Fahrt. Wieder am Anfang. Wir alle haben Hoffnung und Erwartung an eine Geschichte und suchen Antworten. Manchmal wäre es besser mit dieser Hoffnung zu leben, als die ganze Geschichte zu kennen. Es gibt nur Opfer und Monster in einer Horrorgeschichte. Beides ist nicht erstrebenswert. Doch in diesem Genre kommt niemand unversehrt davon. Ich habe mir die Geschichte anders vorgestellt. Das ist nicht das Ende, das ich wollte. Diese Geschichte wird uns verschlingen. Sie ist ein Monster. Und Monster haben viele Gesichter. Musik Musik So Leute und damit willkommen zu Alan Wake 2 Es geht endlich los Also ich kann es kaum erwarten Ich habe den ganzen Spaß schon angespielt aber natürlich nicht sehr weit So wir spielen Okay Na gut Wie würdet ihr reagieren wenn ein halbnackter Mann bei Nacht im Wald rumrennt und auf euch zugeht Ich frage mich bloß wer wir sind Das ist nämlich glaube ich nicht Alan Wake Sein Gesicht will auch Ich würde ihn zeigen Gehts mal weiter Genug rumgeblödelt Holy moly Das Spiel geht los und hat mich noch erschrocken Oh wir können rennen Na endlich Das mit den Stimmen das erinnert mich so ein bisschen Ich wollte grad sagen das erinnert mich so ein bisschen an Senua's Sacrifice Zumindest ein sehr interessanter Start in Alan Wake 2 Und wir wissen ja nicht Was mit Alan Wake so richtig passiert ist Weil das Ende vom ersten Teil Ende vom ersten Teil ist nicht so richtig klar gewesen was mit Alan passiert ist König Dolin Tja Wer hat denn schon Lust über glitschige Bäume zu klettern Nein 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 Ja Gott Das ist не du n 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 Heu! Was ist denn das? Was zum… Herr Bluth! Bluth! Herr Bluth! DirecKrivRIS E.F.S.E. yellow Deckung Infler Hey, Kleine. Wie geht's dir? Alles okay, Mama. Und dir? Diese Dienstreise dauert doch etwas länger. Tut mir leid, dass ich so oft weg bin, Logan. Ach du meine Güte, Mama. Die Morde sind doch nicht deine Schuld. Was ist passiert? Alles für die Arbeit. Ja. Papa und ich haben uns hier nur die letzte Episode von Night Springs angesehen. Mama, sie ist so gut. Keine Spoiler. Na, dann viel Spaß mit der Serie, die wir eigentlich gemeinsam ansehen wollten. Ich hab euch lieb. Das hast du davon, wenn du ständig auf Dienstreise bist. Fiel dich auch. Und grüß Casey. Sag ihm, er soll nicht zu viel grübeln. Logan! Das werd ich. Tschüss, Kleine. Logan meint, lass den Kopf nicht hängen. Freches Kind. Ich frage mich, woher sie das hat. Es kann kein Zufall sein, dass eine Leiche auftaucht, sobald wir in die Stadt kommen. Ich hab das Gefühl, der Killer will uns was sagen. Hm. Ich bin froh, dass Sie mit mir in diesem Fall arbeiten. Ist genau Ihr Ding. Sie sollten das anleiten. Ich unterstütze Sie. Okay. Irgendwelche Tipps? Nichts, dass jemanden aufmutern würde. Da wären wir. Cauldron Lake. Gehen wir an die Arbeit. Hm. Eigentlich hätte schon jemand kommen und uns den Tator zeigen sollen. Das Auto ist da, aber wo ist der Sheriff? Von einem Bären. Ich seh mir die Karte an. Tja, Leute. Willkommen in Ironwag 2. Und... Sollten wir uns merken, bevor uns die Bäume verschlingen. Ich glaube, das war doch Agent Nightingale, weil er hat Alan Wake mal. Alan Wake mal mit Haufen Spitznamen betitelt. Alles Namen von anderen Schriftstellern. Sowas wie Hemingway. Und was mir auch gefällt, die Natur. Die haben aus dem ersten Teil die Natur nicht vernachlässigt, sondern das mit ins Spiel einfließen lassen. Wir haben eine Karte. Okay. Okay. Cauldron Lake Lodge. Da unten ist der Cauldron Lake. Eine Karte. Gut, das gab's im ersten Teil nicht. Ich glaube, ich höre jemanden. Könnte unser Deputy sein. Ich kann nachsehen. So, aber ich wollte mich eigentlich erst mal umsehen. Erst einmal umsehen. Was haben wir denn hier? Das Federal Bureau of Control? Das ist ja mal was Neues. Toxisches, vulkanisches Gas. Das FBC ist eine ominöse Abteilung, die nur für seltsame Fälle auftaucht. Und das ist so ungewöhnlich an vulkanischem Gas? Keine Ahnung. Versperrt. Sie wollen wirklich nicht, dass hier jemand reinkommt. Was haben wir denn hier? Ich habe das Corona-Dack geschafft. Dann passt es aus. Okay. Also wer jetzt das durchlesen möchte, der kann das gerne tun, indem er pausiert. Gesehen hat, beschloss ich, noch wieder zu wechseln. Okay. Alles klar. Mach mal hier irgendwas Besonderes. Nee, nee, nee. Der verrückte Kerl, das glaube ich, war Nightingale. Also bin ich mir eigentlich sicher. Weil Nightingale hat... Alan Wake immer Hemingway und was weiß ich nicht alles genannt. Okay. Das war aber eine ganz kurze Passage. Was haben wir denn hier? Darum haben wir ein Haus. Das ist der falsche Weg. Ich muss zurück zu meinem Fall. Wir lassen kurz was trinken gehen. Na gut, konzentrieren wir uns wieder auf unsere Aufgabe als FBI-Agent. Hey, hier drüben! Hallöchen! Agent Casey, stimmt's? Sheriff Breaker meinte, Sie würden kommen und den Fall übernehmen. Nicht ganz. Anderson? Saga Anderson. Ich leite diesen Fall. Mein Partner Alex Casey kennen Sie wohl bereits. Ja, bitte verzeihen Sie im Helm. Ich bin Deputy Mulligan. Ich dachte nur, dass... Wann tauchen die Agenten endlich auf, Mulligan? Die Bundesbeamten sind doch hier, Thornton. Mein Partner Thornton ist unten beim Tatort. Er ist nicht der Hellste, wenn du verstehst, was ich meine. Sie sind hier? Wie meinst du das? Sind Sie mit hier gekommen? Die haben mich doch nicht gehört, oder? Was? Ich denke, in Briefen gibt es Zeugen. Gab es irgendwelche Zeugen? Ja, ein paar Auswärtige. Ich frage mich, was sie nachts im Wald zu suchen hatten. Erlehne die Städter. Beziehung nicht verdächtig. Dass wir etwas gegen Städter hätten. Stimmt's, Thornton? Aber keine Sorge. Sheriff Breaker hat sie in die Stadt zurückgebracht. Okay, wollen wir ein Brief hinbekommen, oder? Was können Sie uns über den Tatort sagen? Erzähl Ihnen vom Herzen. Ich war gerade dabei, Thornton. Wie es aussieht, befinden sich einige Organe aktuell außerhalb des Opfers, obwohl sie eigentlich, naja, innerhalb sein sollten. Ich will die Leiche sehen. Wie kommen wir hin? Oh, natürlich, ganz einfach. Einfach durchs Loch im Zaun, dann den Hügel runter zum See auf der Rückseite des alten Gemischtwarenladens. Kann man nicht verfehlen. Seit das Gebiet eingezäunt wurde, ist alles geschlossen. Der Laden, der Campingplatz, alles. Mollchen, sag Ihnen, dass ich hier warte. Ich führe Sie herum. Schon gut, Thornton. Okay, Mollchen Thornton waren doch eigentlich keine Hohlköpfe wie die jetzt. So eine Tafel im Gedankenraum, okay. Gedankenpalast. Alles, was wir über die bisherigen Morde wissen. Gut, was wissen wir über die bisherigen Morde? Enter, fortfahren. Benutzen, um dich zu bewegen. Rein und raus, zoomen. Wer es kümmert. Weil er seine Mordserie eignet. Gedankenpalast, das habe ich, glaube ich, mal in Sherlock Holmes gesehen. Gedankenpalasttechnik, dass man sich einen Ort ausdenkt, indem man, naja, Informationen sammelt. Geschmückt mit, geschmückt mit, geschmückt mit, geschmückt mit Gegenständen und etc. Erdeckte Kater. Kord und Leg hier. Okay, ich glaube, wir haben genug davon. Wir verlassen den Gedankenraum. Alles klar. Kommen wir hier nicht hoch? Nein. Zu viel Frischluft. Wir kommen doch irgendwie hier hoch. Bin gleich wieder zurück. Okay. Okay, wir haben nichts gefunden, wenn wir das Ding öffnen können. Interessant. Hey, Casey. Sie überlassen mir die Führung. Warum jetzt? Sie sind ein besserer Detektiv als ich, Anderson. Sie haben Fälle geknackt, die unlösbar für uns waren. Ich möchte Sie nicht runterziehen. Haben Sie vor, in Pension zu gehen? Sie wissen doch, was mit Cops bei Ihrem letzten Fall passiert. Mhm. Sehr witzig, Anderson. Mit der mit dir getankt. Für Mr. Dobermann auf einem Weg gefunden. Chaos am Kord und Leg. Virtuelle Parkmeisterin. Okay, nichts von großartigen Belangen, außer dass hier hoffen Leute verschwunden oder Sachen verschwunden sind. Sowohl lebend als auch nicht. Und unsere, Moment mal, Anderson. Das ist halt jedenfalls verbinden. Also campen hier ist nicht erwünscht in der Natur. Keine Treppe. Springen ist doch kein Problem. So alt. Mirror Peak. Wir haben ja ein paar Autos aus dem ersten Teil. Also spielt der ersten Teil noch in Brightfault. Sehr gut. Die Natur haben Sie auch gut in Szene gesetzt. Und wir spielen einen fähigen FBI-Agenten. Ich glaube, ich habe was gesehen. Ah. Dauert nur einen Moment. Ich warte hier. Ei. Stimmt, wir leben ja jetzt schon in der Zukunft. Ich vergaß, dass Alan Wake 2010 stattfand. So, ihr kennt mich. Wir gehen in mal eine kleine Extra-Meile, um zu gucken, ob wir irgendwas Besonderes finden. Mauts of Force. Mauts of Force. Nett übel. Ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex-Casey-Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Mal nur Scriptfragmente. Wir haben Manuskriptfragmente gefunden. Was bringen die? Mehr Kugeln. Ah, okay, ich verstehe. Wir haben hier die Manuskriptfragmente und damit können wir dann uns upgraden. Und Alex Casey ist aus den Büchern von Alan Wake. Schön, Sie in einem Stück zu sehen, Anderson. Im Wald kann es gefährlich werden. Kein schlechter Ort für einen Mord. Hm. Wenn man zurück zur Natur möchte. Alex Casey. Und hier sind Anderson. Hätte einen Schirm mitbringen sollen. Ich mag Regen. Das einzige hier, das sich wie zu Hause anfühlt. Ob die Polizei daran dachte, eine Plane aufzuspannen? Hm. Dann geht der nächste Kaffee auf mich. Haha. Phone. Tatort. Ah. Gut, dann gehen wir mal zum Tatort. Ich werde mich umsehen. Bis später. Lassen Sie sich Zeit. Deputy Thornton, nehme ich an. Jetzt bin ich. Zu Ihren Diensten. Und bereit, den Fall zu lösen. Die Leiche liegt hinter dem Laden. Kommen Sie, ich zeig sie Ihnen. Hinter dem Laden. Sie sind also von FB1. Das ist cool. Wir machen Jagd auf Serien-Börder. Und nicht, weil ich schieße einige in den Mord. Und die haben wir das schon. Die gibt es plötzlich? Sucht ihr nach Leuten? Wohne Flächige Ativitäten. Sehen wir uns die Leiche an. Ja, da gehört nichts von uns. Ja, mal gucken, was wir noch so alles haben in diesem alten Warenhaus. Gut, hier kommen wir nicht rein. Sammeln. Okay. Okay. Was wir gerade eingesammelt haben. Also der erste Eindruck ist schon mal kein schlechter. Bloß, dass wir so einen überragenden Detektiven hier spielen. Ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen Standard. Aber na gut, mal sehen, was die Geschichte hier uns noch bringen wird. Und ich weiß auch, dass wir Alan Wake spielen werden. Habe ich zumindest mal gesehen. Ich renne hier mal noch mit der Taschenlampe rum. Ich würde so gerne abseits der Wege. Ja gut. Ich würde sagen, wir sehen uns hier noch einmal kurz rum und dann gehen wir zurück. Was da wohl drin ist? Ich sollte mir ansehen, wie ich das Ding aufbekomme. Ja. Verwirrter vor diesen Schritten Hände waschen. Ich würde es mir schon ein Dickerchen machen. Okay. Moment mal. Und. Ne. Was haben wir hier? Zweigskulptur. Da haben wir noch eine hängen. Okay. Was haben wir noch? Okay. Ich weiß natürlich, es ist ja ganz schön und oft okay. Das ist einfach nur. Mein Gehirn versucht, das Zeug zu verarbeiten, wiederzugeben. Der Traum hat bestimmt was mit dem Cauldron Lake zu tun. Und diese Zeichen hier. Moment mal. So. Diesen Schritten folgen. Hände waschen. Hühnchen aus dem Kühlschrank. Nee, Nickerchen machen. Hände waschen. Wo haben wir hier? Vielleicht das Klo. Hände waschen ist das. Das ist Baden. Hände waschen. So. Kühlschrank. Das. Und ein Nickerchen machen. Ist dann wahrscheinlich das. Das ist ein Gruber. Schräg. Dann haben wir vertikal. Und Playbuttons links und rechts. Kleine Eselsbrücke. Mal gucken. Jetzt auf einmal. Das sind Bäumen gehört. Auch wenn wir nicht. Oh, wir haben eine Pistole. Auch wenn wir nicht dazugehören, nehmen wir es uns trotzdem. So, ich glaube, das war schon genug. Ich bin ein bisschen geblödelt. Gehen wir mal zum Fall. Hier wurde der Mord begangen. Er lag auf dem Tisch. Wir haben nichts angefasst. Sie wissen schon, die Vorschriften und so. Danke, Deputy. Keine Planer. Sie schulden mir einen Kaffee. Okay. Untersuchen wir zuerst unseren Ehrengast. Passt das zu den Mustern der vorherigen Morde? Die Leiche liegt auf dem Tisch. Wie bei einem Ritual. Unsere Falltafel im Gedächtnispalast. Tieren, Sageschlüssel, Bild. Noch eine Leiche taucht auf, als wir in die Stadt kommen. Zufall? Ich werde doch fortfahren. Übereinstimmung mit dem Mord. Steuerung, Ziele. Okay. Okay, so geht's. Gedächtnispalast ist gar nicht mal so schlecht, gerade wenn wir als Detektiv spielen. Aktuelles Ziel ansehen, wenn du auf Kontrolle drückst. Drei Ziele, okay. Ja. Also der Gedankenpalast ist ja nicht schlecht, weil man da auch den Überblick behält. Das Opfer ist hier gestorben. Ach, was du nicht sagst. Es waren mehrere Leute hier. Mehrere Killer. Hier gab's, glaube ich, nichts. Die zwei haben wir drei. Da hinten haben wir noch was. Jemand hat hier Bier getrunken. Hat offenbar gewartet. Jemand musste schnell weg. Und warf dabei das Stativ um. War es für eine Kamera? Ja, Quatsch. Starb er hier, oder wurde er hergebracht? Und zur Schau gestellt? Also ich meine, hier weht auch ein bisschen Wind, ne? Aber nun gut. Ich glaube, wir müssen wieder zu unserem Gedächtnispalast mit den Falltafeln. Ja. Für später, für später. Starke Spitz auf dem Tisch. Das Opfer. Der, die Mörder. Mehrere Fußspuren. Ich glaube, so langsam habe ich das. Ja, offensichtlich. Offensichtlich, Captain Anderson. Ich frage mich, ob die was mit den Anderson-Brüdern zu tun hat. Ist das Opfer bekannt? Na klar. Sein Name ist Nightingale. Er war beim FBI und kam vor 13 Jahren hierher. Seitdem habe ich nichts von ihm gehört. Naja, bis jetzt. Nightingale. Robert Nightingale. Ja, ich glaube, Sie kannten ihn. Waffenbrüder. Und Schwester. Das ist doch Nightingale. Und wenn du mit Leuten redest und deine Umgebung erforschst. Oh, das ist ja cool. Okay, ich nehme es zurück. Also, das Ding gefällt mir doch. Das Ding gefällt mir doch ganz gut. Das ist im Allgemeinen. Sie kannten also unser Opfer? Ich habe ihn zuerst nicht erkannt. Aber ja, bin ihm in Quantico ein paar Mal über den Weg gelaufen. Wir hatten keine Fälle zusammen. Nachdem sein Partner im Einsatz getötet wurde, dreht er völlig durch. Er wurde danach gleich entlastet. Was ist mit Nightingale passiert, nachdem das Büro ihn gefeuert hatte? Ah, ich kenne nur die Gerüchte. Depressionen führten zum Alkohol und dann zu Paranoia. Er hatte verrückte Theorien und jagte Geister, bis er verschwunden war. Er landete wohl hier. Ich wette, da steckt mehr dahinter. Aber kein Happy End. Nightingale ist vor 13 Jahren verschwunden. Seit 2010. Genau wie bei allen anderen Opfern. Passt auf jeden Fall zum Muster. Ich frage mich, was in diesem Jahr passiert ist. Etwas, das die Stadt lieber vergessen möchte. Ich glaube, das war alles. Zumindest vorerst. Schon eine Idee? Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Ich weiß, wir müssen jetzt nur in Gedankenraum, aber Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es oder was vor 13 Jahren geschehen ist, könnt ihr doch gerne den ersten Teil angucken, der schon bereits in voller Länge da ist. Ich musste die Hinweise durchgehen. Ist mir schon klar. Saga. Aber nichtsdestotrotz geht es zum nächsten Part weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst es durch gut gehen. Und wir sehen uns dann. Ciao.